Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge und zwar geht es heute um K-Sword. Aber bevor wir starten, ganz kurze Anmerkung, natürlich, solche Challenges gehören eigentlich ins Challenge-Interface, aber es ist verdammt viel Aufwand, die da einzupflegen, das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, schaut gerne mal vorbei. Und ja, jetzt ganz kurz zu der Challenge, was ist eigentlich hier passiert? Also K-Sword beschreibt eine Aufgabe und zwar folgende, die wurde übrigens von LinkedIn im Vorstellungsgespräch gefragt, nur so, damit ihr eine Einordnung habt und zwar, ihr bekommt eine Liste an Zahlen und ein sogenanntes K. Und dieses K definiert jetzt quasi den Umbruch, das heißt, alle Zahlen kleiner als K, sprich in dem Fall jetzt 2, 2, 1, 2, 2, 2, diese Zahlen sollen links von K stehen, also wenn hier eine 3 drin steht, dann sollen alle Zahlen, die klein sind als K, links von K stehen alle Zahlen, die größer sind als K, also 5, 6 und 5, beziehungsweise hier 5, 6 und 5, die sollen rechts von K stehen, obviously. Das ist kein richtiges Sortieren, sondern eigentlich nur ein Partitionieren, wenn man so möchte. Das heißt, ich schiebe alle Zahlen, die klein sind, auf die linke Seite, alle Zahlen, die größer sind, auf die rechte Seite. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das besonders schwer? Ich meine, ich kann nicht hier ganz einfach hergehen und diese Liste einfach mit Sort aufrufen, dann war es das schon. Das wäre aber A, ziemlich langweilig und B, ist das nicht ganz so effizient, denn die besten Sortier-Algorithmen haben eine Laufzeit von n log n, normalerweise so im Durchschnitt und wir wollen hier eine Lösung haben, die in O von n läuft. Das heißt, jedes Element nur einmal anfassen, das ist die Aufgabe. Und jetzt, bevor wir zur Lösung kommen, kommen wir noch mal ganz kurz zur FHDW, zur Fachhochschule der Wirtschaft. Denn die bieten euch einen Studiengang, duales Studium wohlgemerkt, Wirtschaftsinformatik und angewandte Informatik, sogar zum Wintersemester, das heißt ab Januar an. Das finde ich was Besonderes und ja, jetzt duales Studium, wir haben uns ja schon länger hier beschäftigt mit Fachhochschule, duales Studium, Unistudium oder sogar Ausbildung. Und das Fachhochschulstudium ist natürlich ein bisschen, sagen wir mal, theoretischer. Das Unistudium ist das theoretischste gewesen und das duale Studium ist halt noch näher an der Praxis dran. Das liegt einfach daran, dass ihr eben direkt im Unternehmen dann auch dabei seid. Das heißt, ein Semester besteht eben nur aus drei Monate Vorlesung, drei Monate Praktikum beim Unternehmen oder Arbeiten im Unternehmen. Und das ist was ziemlich, ja, praxisnahes im Endeffekt, was natürlich auch sehr, sehr gut sein kann. Außerdem wird man häufiger übernommen, aber Informatiker brauchen sowieso momentan alle. Also wie gesagt, hier 100 Unternehmen suchen noch Leute. Es gibt verschiedene Varianten davon, Data Science, Cyber Security, einige, die ein bisschen näher an BWL dran sind, angewandte Informatik, IT Consulting, Mobile Computing und Software Engineering. Und ja, hier könnt ihr einfach mal ganz kurz reingucken, kostet euch überhaupt nichts. Einfach mal Infos anfordern, vielleicht ist es ja was für euch. Okay, cool. Lasst uns jetzt also, jetzt wo ihr ein bisschen Bedenkzeit hattet, zur Challenge kommen. Wir erlegen uns jetzt hier nämlich noch einen kleineren weiteren Punkt obendrauf. Nicht nur in O von N bitte, was die Laufzeit angeht, sondern, also Laufzeit in O von N, sondern auch der Space, also der Raum soll bitte in O von 1 liegen. Das heißt, wir dürfen keine separate Liste anlegen. Und jetzt wird es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schwerer für euch. Das ist quasi jetzt Stufe 2, wenn ihr so wollt. Also, was wir machen ist, wir holen uns erstmal einen kleinen Index, also Index Small, ja. Der kleine Index sozusagen, wo die kleinen Zahlen alle reingeswappt werden. Dann holen wir uns den Index Medium für die mittleren Zahlen, den setzen wir auf 0. Und wir holen uns den Index für die großen Zahlen, also Large. Und den setzen wir auf, naja, eben die Länge der Zahlen. Allerdings natürlich minus 1, das muss ja noch irgendwie drin sein. So, und wir wissen jetzt ganz genau, okay, ich will eigentlich ganz gerne hier auf der linken Seite die Smallen haben. Das heißt, bei 0. Und dann der Medium soll quasi genau an der Stelle sein, wo halt Trennung ist sozusagen. Das heißt, wenn wir hier eine 3 drin gehabt hätten, hier Komma 3 zum Beispiel, dann hätte der natürlich genau hier reingemusst. Und alle größeren Zahlen möchte ich ganz gerne auf der rechten Seite haben. Okay, also wie mache ich das? Naja, ich swappe mich durch sozusagen. Das heißt, ich fange an und gehe davon aus, dass meine Zahl, mein K hier, also meine 3 zum Beispiel, ganz links steht. Und falls das nicht so ist, dann swappe ich mich einfach so lange durch. Das heißt, hier steht eine 3, ja gut, dann swappe ich halt mit, oder dann lasse ich die erstmal da drin. Dann nehme ich das nächste. Ist das kleiner, swappe ich. Ist das nächste kleiner, swappe ich. Und so weiter und so fort. Das ist quasi unser Ding. Das heißt, was wir brauchen ist eine while-Schleife. Und hier sagen wir einfach mal der Medium-Index. Weil eigentlich kann ich den hier auch Index k nennen, weil das ist ja genau mein k. Also der Index von k. Wenn das, oder solange das kleiner oder gleich groß ist, wie der Index der großen Zahlen. Also quasi von rechts dran gegangen. Der läuft ja quasi von rechts, also von der rechten Seite nach links. Und der hier, der Index small, läuft ja von der linken Seite nach rechts durch. Und solange wir hier eben kleiner oder gleich groß sind, wie der Large Index, so lange soll das bitte laufen. Und das mache ich jetzt hier mit, ja, ich setze erstmal meine Zahl, meine Number n, setze ich auf die aktuelle Zahl. Das macht es mir nachher ein bisschen einfacher. Nums von Index von k. Ups, und jetzt, was ist jetzt los? Habe ich hier aus Versehen alles gelöscht? Ich glaube, ich habe hier aus Versehen alles gelöscht. Nein, habe ich nicht. Okay. So, und der nächste Schritt ist jetzt, jetzt muss ich natürlich gucken, ist denn meine aktuelle Zahl, ist mein n, ist das vielleicht kleiner als k? Weil ich will ja an dieser Stelle gerade nur k stehen haben. So, also, naja, wenn es kleiner ist als k, was muss ich dann machen? Nehmen wir an, wir sind an der Stelle hier und ich erwarte, dass hier quasi k drin steht. Dann möchte ich ja eigentlich, dass meine Zahl hier getauscht wird. Und zwar an meinen Small Index, zum Beispiel an diese Zahl hier vorne, die vielleicht kleiner ist als alle anderen. Das heißt, ich swappe die. Ich tausche die sozusagen miteinander. Und in Python kann man das ja relativ angenehm machen. Man kann hier einfach sagen, Nums von Index Small. Und, naja, welchen will ich noch? Swappen Nums von Index K will ich natürlich swappen. Die möchte ich gleichsetzen und zwar genau gleich wie das hier, nur eben gerade andersrum. Also Nums von dem und Nums vom Index Small. So kann ich die quasi einfach hin und her jonglieren. Dann kann ich hier mit meinem Index 1 weiterlaufen. Jetzt müssen wir uns überlegen, welchen Index dürfen wir denn 1 weiterlaufen? Wir wollen ja gerade hier, sagen wir mal, diese Zahl mit der Zahl hier swappen. Oder besser, diese Zahl hier mit der Zahl swappen, zum Beispiel. Ja, weil wir gerade an der Stelle sind, wir denken uns, ey, swap die mal darüber. So, dann mache ich natürlich folgendes. Ich gehe dann nach, wenn wir die geswappt haben, mit meinem kleineren Index 1 weiter. Denn jetzt steht ja hier die 2 drin und hier die 5. Und wenn ich jetzt mit meinem Small Index nicht weiterlaufe, dann swappe ich am Ende die 2, die jetzt an der Stelle ist, mit der 2, die an der Stelle ist. Das bringt mir relativ wenig. Ich muss natürlich die 5, die ich dann hierher getauscht habe, mit der 2 hier tauschen, um die 5 quasi einen Schritt weiter wieder zu befördern. Also muss ich auf jeden Fall meinen Smaller Index, ähm, mein Index Small, sorry, falsch rum, ähm, Sprachfluss ist es irgendwie andersrum, muss ich natürlich um 1 erhöhen und den quasi nach rechts bewegen. Ich muss aber auch meinen Index von K 1 weitersetzen, plus gleich 1. Denn mein K ist ja quasi die Zählschleife sozusagen, mein Durchgehdingens, ja. Und deswegen muss ich hier auch immer 1 weitergeben. Okay, der nächste Schritt wäre jetzt allerdings, was ist denn, wenn ich eigentlich mein K treffe? Also wenn ich quasi jetzt an der Stelle von der 3 bin. Also jetzt haben wir quasi gesagt, okay, wir haben eine Zahl gefunden, die ist kleiner als K, also eine Smaller Zahl, ja. Also zum Beispiel eine 2 oder eine 1 oder sowas. Und wir sind jetzt zum Beispiel hier und wir tauschen diese beiden Zahlen miteinander. Cool, dann haben wir die 5 1 weitergerutscht, cool. Ähm, das ist ja genau das, was wir haben wollen. Wir wollen allerdings was machen, wenn die 3 da ist. Was machen wir dann? Naja, ganz einfach. Wir machen gar nichts, außer den Index zu erhöhen. Das heißt, wenn n gleich K ist, dann gehen wir hier mit dem Index von K einfach nur 1 weiter, weil das wollen wir ja nicht mehr swappen. Das ist ja jetzt schon alles korrekt sozusagen. Wir wissen, wenn wir hier ankommen, dann ist auf jeden Fall die 5 spätestens schon an der Stelle, beziehungsweise wir haben uns mit dem Small Index ja schon gemerkt, an welcher Stelle das Ding eigentlich ist. Und ja, der letzte Fall ist relativ klar. Ja, wenn unser n größer ist als K, dann swappen wir natürlich mit den Großen, also mit denen hier hinten, quasi mit der rechten Seite. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel dann mit dem Index bin, dann swappe ich natürlich den Small Index mit dem Großen Index sozusagen, beziehungsweise nicht unbedingt den Smallen, sondern den aktuellen Index, also Index von K, den swappe ich sozusagen mit denen hier oben. Also ich swappe das hier mit, naja, mit was? Wie wäre es mit dem hier zum Beispiel, ja? Sozusagen. Und da nehme ich mir dann einfach nums von Index von K und den nums von Index von Large und swappe die beiden. Das heißt, ich drehe das hier sozusagen einmal um. Oh, ups. So, einmal den Large und einmal Index. Okay. Und wenn ich die beiden vertauscht habe, was muss ich dann erhöhen? Naja, dann darf ich in dem Fall vielleicht weiterlaufen, aber mit meinem Large Index, ja? Das heißt, ich muss mit meinem Large Index allerdings in eine Richtung nach links laufen. Der läuft ja von links nach rechts durch, das wissen wir ja. Und wenn wir hier fertig sind, dann geben wir uns die nums zurück. So, wir gehen das jetzt gleich nochmal richtig schön von vorne bis hinten durch. Und wir sehen hier, haha, es hat funktioniert. Warum hat es jetzt funktioniert? Also, was ist passiert? Ich mache mal das Ganze ein bisschen kleiner, ja? Wenn wir hier einfach mal das Ganze so verwüsten, wie wir nur können. Also die 3, die 2, die 6, die 5 und dann noch die 2 zum Beispiel. So. Wenn wir das jetzt hier starten, dann sehen wir hier, wir haben am Ende 2, 2, 3, 5, 6 rausbekommen. Ich mache das hier nochmal kurz weg. 2, 2, 3, 5, 6. So, wie ist das passiert? Also, wir sind ja von links nach rechts durchgelaufen, ja? Wir haben ja hier angefangen auf der linken Seite mit 0, auf der K-Seite mit 0 und mit der großen Seite haben wir mit dem Large Index angefangen. Das heißt, Small zeigt hier drauf, Large zeigt hier drauf und, naja, unser aktuelles Element K sozusagen zeigt auch hier drauf. So, der erste Schritt ist, was habe ich denn jetzt gemacht? Naja, ich habe meinen Small Index sozusagen nicht verändert, weil ich habe ja hier direkt die Zahl selber gefunden, also mein K gefunden. Das ist dieser Fall hier. Was dann passiert ist einfach, ich laufe mit meiner Zählvariable vom Index K einfach eins weiter, wo am Ende dann noch wirklich K steht. So, dann lande ich hier. Okay, also was mache ich jetzt? Naja, ich tausche diese Zahl mit meinem kleinen Index. Mein kleiner Index habe ich aber noch nicht angefasst, das heißt, der steht immer noch auf 0. Weil an der Stelle 0 ist sozusagen noch keine Zahl eingefüllt worden, die hier kleiner ist als diese Zahl K, die wir ja haben. Also tauschen wir die 2 mit dieser 3 hier. Gut, dann steht die 2 hier und die 3 steht hier. Also 2 und 3. So, der nächste, also dann muss ich natürlich noch beide Indizes erhöhen, weil wenn ich jetzt nochmal tausche, zum Beispiel die Zahl danach, wenn jetzt noch eine 2 kommt, dann wieder mit der 0 tausche, dann habe ich die 2 vielleicht mit der 2 getauscht. Das bringt mir relativ wenig, deswegen muss mein Index auch eins weiterlaufen und mein Index K muss auch eins weiterlaufen. Denn wenn der das nicht tut, dann tausche ich am Ende wieder die 3 mit der 3. Das wäre doof. Also quasi hier steht jetzt dann unser Small Index und hier steht das K-Index. So, K-Index sagt mir dann, also ich hole mir dann hier wieder die aktuelle Zahl von Index K, das ist ja quasi meine Laufvariable, wie gesagt. Und dann schaue ich hier, okay, ist die 6 denn eigentlich größer als mein K? Ja, ist sie, also will ich sie nach ganz hinten setzen. Da switchen wir die 6 sozusagen rein und ich tausche einfach nur durch. Mir ist völlig egal, was an diese Stelle reingeschrieben wird, ich tausche einfach nur durch. So, jetzt gehe ich aber nicht her und, also ich verringere jetzt meinen Large Index, das heißt, der ist jetzt auf der 5. Jetzt gehe ich aber nicht her und erhöhe den K-Index nochmal, weil diese Zahl hier, die kann ja auch eventuell falsch sein. Die muss ja nicht unbedingt schon die richtige Position haben. Es kann ja sein, dass diese Zahl nochmal geswappt werden muss, was ja in dem Fall auch der Fall ist. In dem Fall kann es passieren, dass ich hier, oder ist es tatsächlich so, dass ich diese 2 nochmal mit der 3 swappen muss. Deswegen darf ich hier nur den Index Large einmal verringern. Okay, und der Index Large, naja, der ist jetzt hier auf der 5, der Index Small ist immer noch auf der 3 und mein K ist immer noch auf der 2. Also swappe ich jetzt hier die 2 mit der 3. Das ist ja sozusagen das, was ich hier gemacht habe. Also quasi, wenn es kleiner ist als K, dann wird geswappt. Und dann habe ich mein fertiges Ergebnis, denn, ja, was jetzt passiert ist ganz einfach. Ich habe hier meine, also im nächsten Schritt wird, beziehungsweise hier wird jetzt dann noch K erhöht auf 1, beziehungsweise 1 mehr erhöht. Also hierher und dann theoretisch oder in der Praxis tauschen wir nochmal die 5 mit der 5. Denn, ähm, wobei sind wir hier tatsächlich schon, ähm, ja, sind wir. Also der Index von K ist hier drauf und der Index von Large ist auch hier drauf auf der 5. Also wird das hier noch ausgeführt und wir holen uns die 5 und wir schauen, das ist höher als K. Also wird hier getauscht, die, ähm, die 5 wird mit der 5 getauscht sozusagen, aber das macht natürlich in dem Fall keinen Unterschied mehr. Und danach sind die Indices hier, beziehungsweise die While-Bedingung hier am Ende. So funktioniert das quasi. Das heißt, ich swappe mich durch. Jetzt, warum ist das O von N und Platz, warum ist das O von 1? Naja, ganz einfach. Wenn ich nur am Swappen, also Space erstmal gesagt, wenn ich nur am Swappen bin, ähm, dann brauche ich hier keinerlei zusätzliche Liste. Das heißt, ich brauche hier eine Zahl N, das ist einfach nur eine einzige Zahl, das ist eine Variable. Die drei Indices sind drei Variablen, die zählen nicht. Die werden wegrationalisiert, ähm, weil das ist bei einer unendlich großen Liste ist das nicht mehr relevant. Ich brauche aber auch keinen zusätzlichen Speicherplatz mehr, weil ich keine neue Liste erstelle. Das heißt, ich erstelle mir nicht hier einen Nums 2, wo ich alles einfüge, sonst bräuchte ich Speicherplatz O von N. Das heißt, hier muss ich mich auch nicht mehr irgendwie, muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich brauche keinen zusätzlichen Speicher, ich arbeite innerhalb der Liste. So, das zweite ist ein bisschen komplexer, und zwar der, ähm, O von N, die O von N Laufzeit. Hier sehen wir aber, wir laufen While-Index-K kleiner gleich Index-Large. Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier O von N haben, dann darf hier drin am besten keine Vorschleife mehr laufen, und wir müssen hier beweisen, dass wir innerhalb von, naja, zwei- oder dreimal Liste anfassen, komplett durch sind. Aber nicht irgendwie N-mal Liste anfassen. Das heißt, dass die Indizes sich im besten Fall jedes Mal einen einzigen Schritt annähern. Das wäre optimal, oder vielleicht einen halben Schritt oder sowas, aber in unserem Fall ist es genau ein Schritt. Denn Index-K wird hier um 1 erhöht, hier um 1 erhöht. Damit holen wir quasi die Schranke, die untere Schranke, nach oben. Also es wird immer 1 mehr. Und in dem letzten, das ist das Einzige, was wir noch haben können. Übrigens, das hier kann ich natürlich auch als Elif schreiben. Das ist genau dasselbe. Und in dem einzigen Fall, wo Index-K nicht erhöht wird, und Index-Large ist ja nur einfach die Länge der Liste, ja, und Index-K ist ja einfach nur 0. Das heißt, die haben N-Abstand. Also so viel, wie wir Elemente haben, ungefähr zumindest. Man kann ja immer runden, sozusagen. Und in dem einzigen Fall, wo meine linke Schranke nicht erhöht wird, wird meine rechte Schranke hier gesenkt. Und dadurch nähern die sich auch 1 an. Das heißt, ich bin nach N-Schritten, bin ich hier wirklich durch, durch meine Liste. Und es ist quasi fertig. Und dementsprechend haben wir hier Laufzeit O von N. Und wir haben danach eine, in dem Fall sogar sortierte Liste. Davon können wir aber nicht ausgehen. Wie gesagt, es kann auch einfach sein, dass wir irgendwo eine 1 drin haben oder sowas. Und die muss nicht unbedingt sortiert sein. In dem Fall 2, 2, 1. Das ist offensichtlich nicht sortiert. Aber wie gesagt, sortieren dauert halt auch O von N log N normalerweise. Cool. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen davon. Und wir hören uns ja beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.